Hi Leute, Andrés Mani am Start. Wie vorab angekündigt, auf Instagram öffnen wir einen schönen Purpur- und Karmesin-Display 18er. Aber nicht vergessen dürft ihr dieses schöne Sammel- Heft, wollte ich schon gerade sagen, Sammelordner, Mini-Format, den wir gestopft haben. Den wollen wir ja verlosen und bei 500 Abonnenten hauen wir den raus und suchen einen glücklichen Gewinner raus, wer den ganzen Ordner bekommt. Also das ist schon vernünftig knatter. Wir drehen die Kamera um und schauen dann rein, was in dem Display drin ist. Ja, wir haben die Kamera gedreht. Ich öffne den Display und dann schauen wir rein, was haben wir erst. Ups, da fällt mir schon gleich zwei Booster raus, oder? Na ja, die zwei kamen mir schon gleich entgegengeflogen und jetzt lassen wir es ordentlich. Wir gehen rein mit Unlays, Puponcho, Medi-Team, Energiesuche, Slimer, Roar, Staraptor, elektrische Generation, Rüpel von Team Star in Reverse, nochmal Reverse und Serval in Holo. So, dann geht es weiter. Die nehme ich weg. Das zweite geht auf. Die gehen rein mit Wasser. Beutelang, Beutelang, Slanga, Kosovo, Relao, Boye, Rüpel von Team Star, Lucario, Fleckmon in Reverse, E.P. Teiler und ein Damenwerk, Nihono nochmal. Wir gehen rein ins dritte mit Feuer, Knirrfisch, Tosca, Gano, Will, Volkilam, Schlickrichter, Bojen, Gravalho in Reverse, Driftlon in Reverse, auch süß. Und dahinter haben wir Koraidon in Holo. Meine Nachbarin versucht, glaube ich, gerade ihren Sohn zu wecken. Das ist der Hintergrund, der da so am Peutelang, also nichts Schlimmes bei uns. Hier Kampf, Hummel, Schuppet, Flori, Steinpanzer, Chlova, Vorty, Scarabon in Reverse, Kimblitz auch nochmal in Reverse und Lamus in Holo. Das ist echt ein cooles Artikel, das feier ich echt. Fünfmal haben wir das schon. Mehr. Psycho, Schlanga, Kosovo, Relao, Bimi, Ducari, Ducari, Buspanzer, Flia in Reverse, Tomate in Reverse und Friedwolf in Holo. So. So. Stahl, Hundusa, Driftlon, Kival, Knackstbox, Knirps, Kajtera, Jim, Kosoho in Reverse, Hefe in Reverse und das Quacks im End. So. Blitz vor dem Schubbrett. Flori, Hundusa, Chlova, Rüppel von Team Star, Sengu, Sanderconda, Louis Inverse und Franz Grunz EX. Cool. Schöne Karte. So. Weiter geht's. Wir gehen rein mit Unlicht, Capador, Magnetillo, Tandudel, Pokefinger, Sengu, Homatonoloid, Tanzer, Riesenzahn EX Full Art. Also Goldstar zwei Sterne. Und dahinter Rüppel von Team Star auch noch. Trainer Card. Was für ein geiles Pack. Auch nochmal Goldsterne zwei. Das ist auch schwach gewesen, ne? Ja, am Anfang das Display, ne? Das andere gleich von Anfang an so gegönnt. Das kommt wohl noch nach jetzt. So, wir gehen rein mit Psycho, Driftlern, Flavia, Knackstox, Capador, Knips, Boti, Haltera, Mamani, ja, in Reverse. Und Schlickdack, äh, Schlickdick, äh, Schlickdack. Schlickda. So. Ach man. Also die Namen zwischendurch. Aber super Art wirkt da im Wasser. So Galerie Card wieder eine tolle. und Klibik, die Namen wirklich. Also die Zungenbrecher. Die ist fett, ne? Echt schön. Das nächste. Feuer. Ach, die Hulu noch dahin. Wir gehen rein. Scampito. Olivio. Quarks. Quarks. Cosimometiles. Hauenente. Tropios. Quarks in Reverse. Quarks und Meridon in Hulu. Wir gehen rein mit Kamp, Magnetilo, Pokefinger, Trunk, Nikritri, Jim, Vorstück des Professors in Reverse, Tuscar in Reverse und Maskanto. in Hulu. Wir gehen rein mit Psycho, Schmetterhammer, Stalini, Flatuto, Menki, Epiteiler, Tantra, Mopec, Energy, Umscheid in Reverse, Magnetilo in Reverse und Mopecs in Hulu. Wir gehen rein mit Stahl. Wir gehen rein mit Stahl. Der Olivenbaum und Pamomamo in Hulu. Wir gehen rein mit Blitz. Glimpse. Trank. Vitalitätswand. Reflex. Buponcho in Reverse. Energiesuche in Reverse. und Forschung des Professors in Hulu. Unlicht. 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 Drittemal haben wir den jetzt, ne? Unlicht. Ja. 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 Nex wieder. Nex. Den hatten wir aber auch schon im Ordner, ne? Da haben wir jetzt das vierte Mal auch. Da haben wir jetzt das vierte Mal auch. Da haben wir. Feuer. Krokel. Tropius. Prokebal. Rotum. Tentera. Vitalitätsband. Toxin in Reverse. Buckle in Reverse. Und. Scalcock. Und. Das letzte. Wasser. Sango. Gebunkel. Denne. Vivillon. Backel. Das letzte. Nigiri. Gibunkel in Reverse. Niminia in Reverse. Und. Nochen. Hodo. So. Die ganzen Kartenmagier erstmal da zusammen. Und. Und. hier sind die ganzen holos die wir hatten Forschung des Professors Mopex, Kito Meridion, Friedwolf, Lamos, Choraidon, Serol und das waren unsere Letzten Puls, Akani EX, Eisenrad EX, dann Schlick da, eine Galerie Card, eine Vollart, eine schöne und Franz Grotz EX, also Hyper Rare ist das ja glaube ich gewesen oder so mit zwei Sternen, da muss man sich erstmal reinfummeln, aber super schön, ich hoffe euch hat das Video gefallen, schaltet auch das nächste Mal ein und denkt an das Giveaway von dem Ordner, bei 500 Abonnenten lösen wir auf, gerne weiter teilen, lasst Liebe da, eure Puka Andres Meni